Farben und Formen, Sepp-Fessler-Gruppe, Appenzell und Weile. Ab sofort zeige ich Ihnen eine Auswahl von über 70 tollen Argumenten für unsere Lagerfahrzeuge. Kommen Sie mit zu dem genialen 1.20d in Snapper Rock Blue Metallic oder der Top 2er Active Tourer in Sparkling Kupfergrau Metallic. Die 330e Limousine ist Skyscrapergrau Metallic kombiniert mit Dacora-rotem Leder. Der Feuvertouring Alvit Grau Metallic mit 11 Beinen Volllederausstattung. Und dieses Argument? Der bombastische X4 M40i, Biemont-Rot, Leder-Schwarz, Kontraststeppig-Rot. Wir von der Sepp-Fessler-AG Appenzell und Weile unterstützen die Argumente mit dieser Leasing-Aktion. 0,9% Leasing mit Versicherung und 1,9%. Das sind Argumente für unsere wunderschönen Lagerauto. Ab sofort und abgeliefert bis am 24. Dezember. Das ist definitiv faszinierend. Lassen Sie uns gemeinsam losrollen. Sepp-Fessler-Gruppe. Persönlich, kompetent, faszinierend. Vielen Dank.